Höchstwahrscheinlich haben die kriminellen Zugang zu Yellowland. Weiter geht es. Geht's dir gut, Boomer? Bist du nach dem emotionalen Hoch vom Tod deines Erzfeinds in ein kleines Loch gefallen? Wow. Leute, lasst uns ein paar Aliens jagen, um Boomerang aufzumuntern. Ihr passt hier also wirklich zu mir? Scheiße, siehst du auf mich? So. So. Was mit dem? Oh. Ich dachte schon, ich müsste euch Geigenvögel jagen. Wie Hunde. Doch, ihr seid hier. Ja, sind wir. Ja, Moment uns. Dann muss ich. Habt ihr die aus dem Kaugummi-Automaten? Mann, die sind super winzig. Spielt keine Rolle. Die sollen deinen Willen brechen. Wie geht's deinem Willen denn so? Schau mich an, Verbrecher. Ich bin frisch und entspannt. Wie geht's dir denn so, Floyd? Verdammt geil. Meine Fäuste zucken schon. Was meint ihr, Leute? Ich hatte doch auch einen Aufstritt. Ihr macht mir hier alle echt meinen Moment kaputt. Am hellsten Tag, in Scherze der Macht, entgeht nichts Böses meiner Wacht. Wer finsteren Mächten sich verspricht, der hüte sich vor Green Lanterns Licht. Störe Lanterns Konstrukt, um sein Schild, okay, zu entfernen. 18. Ihr habt euch verschanzt. Luftunterstützung. Nehmt das Gebiet unter Beschluss. Oh, ich wünschte, ich hätte Zeitlupenmodus oder sowas. Ihr dachtet echt, die Alolentern-Technologie durchzwingt meine persönlichen Schilde? Ich kann jedes Mal Runde für Runde gegen Sinestro antreten. Ich dachte, ich muss die Dinger hier kaputt machen. Nein, meine Kraft. Meinen Willen brecht ihr nicht. Das ist ein, oder? Vorsicht, die Dienen. Setz keine Kettenreaktion in Gang. Merkt mir, verdammten Sträflinge, nie was. Ihr macht nur Chaos und verschwendet meine Zeit, Sträflinge. Ah, klar. Der Riese jetzt. Es ist fast schade, so wunderbar die verkehrte Arbeit zu verlegen. Oh. Was ist die da oben kaputt machen, oder? Das ist eine Emulsion. Perfekt, perfekt. Aber ich bin schon einmal gestorben. Ich bin schon einmal tot. Ah, hier. Ich stelle Waffen zur Sektorkontrolle drauf. Oh, oh, oh. Nein. Was nicht hier. Ich kann euch für Flash zur Rechenschaft ziehen. Für alles. Stirb doch mal. Jetzt hat er wieder was. Nein. Er weg hier. Anton hat wieder Schilde. Schreibt die Konstrukte an. Okay. Ich glaube, ich habe es hier. Sicher. Ich glaube, mir geht es jetzt gut. Alle Einheiten ausschwerben. Löschen sie aus. Komm schon. Komm schon. Noch ein bisschen. Komm schon. Noch ein bisschen. Hab ich geschafft. Hab ich geschafft. Ihr hättet Teil der neuen Welt sein können. Ja. Natürlich. Jetzt fängst du wieder an. Auf Min. Oh, wirst du mich verarschen. Komm mal erstmal. Hab ich geschafft. Hab ich geschafft. Oh, endlich. Es wurde mal Zeit. Endlich. Geschafft. Der Scheißschild ist noch aktiv. Green Lantern kontrolliert ihn noch immer. Wie geht's, Lantern? Bist du immer noch frisch und entspannt? Ja, das habe ich mir gedacht. Nicht so easy in einem fairen Kampf, oder? Ein fairer Kampf. Mann. Ihr seid erbärmlich. Vier Verbrecher-Trottel, die nicht mal merken, dass sie die Schnauze viel zu voll nehmen. Ihr spaziert einfach aus Wallers Knast. In Brainy jetzt. Nein. Weißt du es noch nicht? Frei wegen guter Führung. Du hast gelogen. Das Schiff ist sauer wegen Lantern. Der Schild ist auch noch aktiv. Na? Hast du es vermasselt? Was machen wir denn jetzt? Langsam haben wir doch Brainiacs Jungs alle erledigt. Wir könnten drauf warten, dass Batman aus einem verdammten Gully springt und uns die Schäbel einschlägt. Wir schaffen das. Weißt du, wie viele Leute im Krankenhaus gelandet sind, weil sie meinten, sie würden Batman besiegen? Und jetzt, wo er durch und durch mordlustig ist, könnte er uns einfach so vernichten. Was machst du da, Sharky? Shark? Was hast du da, Kumpel? Jemand sollte ihm das wegnehmen. Willst du es versuchen? Was ist das? Äh. Fast? Volle Kalle Lanternpotenzial, Sharky! Am hälften Tag. Im stärksten Nacht. Entgebe nichts Böses meiner Wacht. Der finstere Mächten sich verspricht. Der hüte sich vor. King. Shark. Licht. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Das dicke Fischstäbchen hat's echt geschafft. Oh. Ach. Ich meine... Klasse, Shark. Ha ha ha. Ei, gib mir mal. Oh! 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 Whoa! Oh! Somebody can love you darlingby ist. They are told me about Turtle and animals. Uh. Oh! Voila, Schild ist unten. Verstanden. Wäre doch scheiße, wenn du uns gefressen hättest. Lass uns das nie wieder machen. Voila. Vielen Dank für eure Dienste, Task Force X. Was? Ihr habt uns eine Chance verschafft, wir ergreifen sie. In Anerkennung eurer Bemühungen wird euer Strafmaß posthum gestrichen. Oh. Einschlag in 10. Warner. Wählt lieber die Nuklearoption. Tja, das war's wohl. War echt ätzend, euch nachts zu kennen. 5, 4, 3, 2, 1. Oh nein. Oh. Deinen Freunden ist nicht zu helfen, Schätzchen. Flash hat's dir gesagt. Entweder du wachst auf und trittst deinen Freunden in den Arsch. Oder du gehst uns aus dem Weg. Eure Ruhe. Er ist noch irgendwo da drin. Egal, was Brainiac Ihnen angetan hat, ich kann Sie noch retten. Oh. Task Force X, neue Befehle. Ein Konvoi sitzt unterwegs zur Halle der Gerechtigkeit fest. Holt uns das schnellstmöglich raus. Du knallst uns ne Bombe in den Nacken und glaubst, wir kommen, wenn du rufst. Meine Vitalzeichen sind mit euren Bomben verknüpft. Wenn ich sterbe, sterbt ihr. Und jetzt Bewegung. Waller Ende. Ja, scheiße. Ey, hallo? War schön, Sharky. Wie du willst.